Montage ist aber drin. Alles in Ordnung. Das Blöde an wen ich besitze, man ist ständig am Waschen. Entschuldigung, es ist ein Heizungsrohrbruch in der Wohnung. Über ihrer. Interessantes Lebenskonzept. Heizungsrohrbruch? Brauchst du was zum Schlafen? Danke, ich bin untergekommen. Die Nachbarn sind sehr freundlich. Kann ich eine Nacht bleiben? Raus aus meiner Wohnung! Kriegst dein Leben nicht in den Griff? Für eine Nacht. Und nichts anfassen. So schwer ist das auch nicht. Ein Container bestellen, ausmisten. Sind wir schon ein altes Ehepaar? Du schmeißt heimlich Sachen weg und ich hole sie dann wieder aus dem Müll? Lassen Sie sich los! Nein! Ich weiß, dass ich Hilfe brauche. Und die Bedingung, dass du da wohnen kannst, ist, dass du mir hilfst. Dann weg, oder? Ne, die brauche ich noch. Ich habe Mitleid mit Dingen. Ich kann die noch verschenken. An einen Freund, der die braucht. Du willst einem Freund eine kaputte Brotschneidemaschine schenken? Seid doch mutig. Wirf doch einfach alles weg, ohne nachzudenken. Ja, wie fühlt sich das an? Ganz gut. Ganz gut, ja. Lassen Sie doch einen Heizkörper in ihr Leben. Und wie ist das Leben so, wenn man alles, was man hat, in einen Rucksack stecken kann? Leicht. Es ist alles in Ordnung. Ja, ja. Es ist alles in Ordnung. Na ja, Ordnung ist das halbe Leben. Willkommen in der anderen Hälfte. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020